Ja und so herzlich willkommen zurück zu Saiopunk 2077. Mir ist aufgefallen, dass ich leider etwas mit den Smart-Waffen nicht verstanden habe. Man braucht nämlich hier einen bestimmten Perk, den man die Smart-Waffen auch richtig benutzen kann. Ich glaube ich zumindest, irgendwie eins von den beiden hier oder die drei, weil wenn man ja so zielt, hat man kein Zielvisier oder vielleicht braucht man auch eine bestimmte Optik, kann auch sein, damit die Smart-Waffen wirklich das machen, was sie sollen. Von daher müssen wir das wahrscheinlich noch ein bisschen rauszögern, bis wir da diese Smart-Waffen wirklich benutzen können. Einen Level-Ausstieg haben wir auch noch. Ich weiss, ich gehe ein bisschen in alle Richtungen hier, was das Leveln angeht. Aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt irgendwas wirklich ganz außen vor lassen. Also. Und das kommt dann noch. L appointmenten wir uns nicht in alle Richtungen! Das ist eine 4.2,3,3. Was nehmen wir da? Die Heckanrein hört sich halt auch noch ziemlich nice an. Nehmen wir doch einfach mal das. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal was hier heute zu machen. Ruf Mr. Hands an. Das ist wegen den Voodoo Boys. Phantom Liberty könnten wir anfangen. Würde ich eigentlich ziemlich gerne machen. Weil es mich einfach interessiert wie das losgeht. Aber wir haben noch ziemlich viele Nebenaufträge. Vielleicht wäre es besser wenn wir erstmal diese machen. Wir gehen mal zu Barry. Happy Together sieht aus, als hätte das NCBT ein besonderes Interesse an deinem Nachbarn. Hört sich so an, als ob sie ihn sogar schon kennen. Machst du einen auf den neugierigen Nachbarn und fragst nach was los ist? Immerhin könnte es gefährlich für dich sein. Wenn dein Nachbar ein potenzieller Psycho ist, oder? Ich bin ja. Ich bin sicher. Absprach. Sie sind von mir, zu. Ich bin ja. Und. Und. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. so ein haus erbietet so ein cooles licht das gerade im hintergang läuft jetzt schauen wir mal an was da los ist mit Barry wir persönlich kennen ja Barry nicht wirklich aber ich glaube wie kennt Barry schon eigentlich sonst wüsste man ja nicht wie er da heissen würde wir könnten gerade hier eigentlich durch die Garage hineingehen glaube ich fast schon wir können diesen Dift nehmen sooo mal schauen was damit Barry los ist irgendwas stimmt da noch mit den TVs nicht vielleicht muss ich noch schauen wie ich das lösen kann ja 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 Barry? Am I remembering that right? Who is it? V, your neighbor from upstairs. Remember me? Talked about preem rides. Back then you were pumped about the Misotani Shion. I said it was for flash posers. You don't forget a conch thing like that. You gave me this look. I was about to hightail it to the Badlands right then and there. I remember. What do you want? Just wanted to see what's shaking. Friends say you never leave your unit. Think I've got an inkling as to why. Seen that look before. It's all too common among people like us. Us? You don't look like a cop. Badges don't get a monopoly on laws. You see death every day in my line of work. You get used to it of course. Until it hits someone you're close to. You too. Ah. Come in. Light, light. I'll come right. I'll just look at your apartment first. I'll just look at your apartment first. You have a little, what do I say? There's a little chaos here. Okay, sorry, 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 sorry. I lost someone close to me too. A damn good friend. What do you mean too? Wait. It's about Andrew. It's about Andrew. He, uh, told you about him. Best bud I ever had. Known in my whole life. Only person I could spill to without being judged. Guessing things at the NCPD haven't changed a lick, huh? One time, a Maelstrom ganger killed a young kid right in front of my eyes. For shits and giggles. I couldn't do shit. The son of a bitch had corporal protection. Ah, typical. Our chief greases his palms with an anonymous donation. And guess what? Officially, kid blew his own brains out. Right in front of your eyes. Of course. Something died in me then. I couldn't do it anymore. I just... A few months later, Andrew passed and... Everything went to shit. Well, man, to me recht lad. You didn't have anyone to unload on at work? How about Petrova and Mendez? Petrova's a decent gal, but... She's not good with this stuff. Mendez? Just doesn't get it. He thinks us blues need to be tough. Can't bear the sight of a kid getting murdered. Born with pussy genes. According to him. But she told him about Andrew. Honestly? Thought about it a lot. Anyway... They don't know everything. Better that way. Can you tell me how Andrew died? Does it matter? Normally. From old age. It's no wonder... Seeing as he was only a few years younger than my grandma. Dying of old age? In Night City? That merits a monument. Whole world should gaze up at it and all. Ash box in the niche will have to do. So then Andrew was more like a grandpa to you than a friend? Huh. Wouldn't go that far. He was like a... I don't know... A window into the past or something. He reminded me of my gram grams. About our little talks. Time when everything had its proper place. You know? He was the last... Living record... Of those times. Can I not understand. Mendes doesn't know shit about life. Everyone's got their limits. Even him. He just hasn't reached them. Not like you. What if he's right though? Maybe my genes are soft. Don't only the strongest survive. If you felt nothing. That means his loss wouldn't have had any meaning. I guess so. Thanks for the talk V. I am. I need time to take all this in. Sure thing. Take care. Claro, claro. We are always there for you Barry. Don't worry. Thank you for the conversation. Good evening. I hope it's him better. And he doesn't do anything. We have another dry sun filled meat coming your way. Nice cities. I'm in Andrew's niche before you speak with the assistant. Andrew's niche. Hey, hey. No pushing. There's enough for everyone. I'd offer the nature coming home. Wait. Hmmmm. Okay. We're going right there. Come here. We're going right now. I want to go for it. Come, go ahead. I want to go ahead. I don't know if it is already here, if it is where you can find it or not. But on a daily basis... There is a house here. ... Kater füttern. Jemand muss den Kater füttern. Öffne jetzt nur das besondere Katzen-Scoop. Mit Tofu-Thunfisch. Auf der Packung steht Katzenfutter. Und du musst es ein bisschen zermanschen. Und dann genau 17,5 Sekunden lang in den Zapper stecken. Und wenn er es nicht frisst, gib ein klein wenig Nikola rein. Aber sei vorsichtig. Wenn es zu viel Nikola ist, dann kotzt er das gleiche wieder aus. Einfach sagen und er kommt angerannt. Und das ist auch noch etwas für unser nächstes Haustier. Da schleicht der Kopf hier so rum. Was wir machen können. Okay, steht zwar jetzt hier nirgends. Wait. Ich glaube, das müsste man dann hier reintun, wenn man Katzenfutter hätte. Habe ich aber wahrscheinlich nicht dabei. Daher gehen wir jetzt zur Nische von Andrew, dem Arbeitskollegen von Barry, der gestorben ist. Ich schätze mal, dass es dann am Friedhof hier gibt es schließlich einen Friedhof. So viel weiß ich. Das mit dem TV ist ein bisschen doof. Irgendwas ist da falsch. muss ich mir nachher mal notieren. Schön, dass es in den Aufzug reinregnet. Hallo, ich bin Jillian Jordan. Willkommen zu der Weltreport auf N54 News. Die Westen Corporate haben letztendlich eine neue Visa-Programm. ein heißer Schäden. Dann, ähm, gehen wir mal da hin. und dann, ähm, Das... No! Ich hole echt raus! Ich betausche hier immer die Tasten. B und Y. Und Y ist in jedem Spiel immer aussteigen und jetzt... Oh manch! Was soll ich denn jetzt hier wieder wegkommen? Ah, das ist ja leider. Okay. Ein bisschen doof. Was für ein Mistgeschick. Ja, ich darf. Ah! Ah! Dammit! What's happening? Urgh! Alles gut, du bist gerettet. Den anderen haben sie leider schon getötigt. Schade. Aber wenigstens jemand gerettet. Boah, sieht das nice auf dem Weg. Schaut euch mal die Spiegel an, Alter! Ich komme manchmal eben noch nicht drauf klar. Wie gut das Spiel jetzt aussieht mit RTX, Half Bracing, Ray Reconstruction. Allem drum und dran. Noch nicht in 4K, ich weiss. Aber 2K reicht für mich vollkommen aus. Mehr als gut aus. Mehr als gut aus. Dann hätten wir gleich die nächsten. Aber... Schnellreise möchte ich nicht machen. Das ladet manchmal ziemlich lange. Dann fahre ich lieber selber dahin. Und seh mir noch ein bisschen die Stadt im Regen an. Und lass es auf mich wirken. Der Wackelkopf ist auch so lustig in diesem Auto. Nein, noch eine weit. Sorry! So, das führt uns da hin, Riedi. Wait. Ich wollte da hin. So, das ist ein Spiel. Ach, Spiel. Weil ich von der Brücke gestürzt bin, hat es dann einen anderen Wegpunkt. Wieder markiert. Und... Irgendwie will das Spiel grad nicht so süßig laufen. Das ist so schön. Das ist so süßig. Das ist so süßig. Das ist so süßig. Ich weiß nicht unbedingt, ob die Musik doch etwas zu laut ist. Aber ich finde es eigentlich ziemlich passend. Das ist so süßig. Und das ist so süßig. Großrohrgall. Nord Oak. Nice Gebiet. Oh, yes. Oh, nice, das Lied. Da wären wir also. Parken wir hier auf der rechten Seite. Ich schätze, das sind Parkplätze. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, was hier in North Oak auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.